Jetzt, lasst uns! Ja, steht, fertig und, das hört man zu Beginn jeder Folge hier im Podcast Dreierbob von sächsische.de und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eine neue Folge steht an. Mein Name ist Fabian Deicke. Und hier ist Tino Mayer. Und wer genau einmal durchgezählt hat, mitgezählt hat, wird feststellen, wir sind zwei. Für den Dreierbob fehlt da noch jemand. Ja, und diesen Dritten, den haben wir gerade eben getroffen. Wir stehen momentan noch vor seinem Büro bzw. vor dem Gebäude, wo er sein Büro drin hat, am Sachsen-Energie-Eiskanal. Den Chef der Bahn, nämlich Jens Morgenstern, haben wir getroffen. Zuvor aber noch eine Sache, die uns auch wichtig ist und die hier bei jeder Folge in diesem Podcast in dieser Saison zu hören sein wird, nämlich... Dieser Podcast wird präsentiert von Sachsen-Energie und das trifft sich insofern heute ganz gut, weil wir auch uns am Sachsen-Energie-Eiskanal in Altenberg befinden. Ja, das stimmt. Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit, über diese Partnerschaft, die Unterstützung. Was uns ebenso wichtig ist, die Inhalte dieses Podcasts bleiben natürlich davon unberührt. Genau, und um Inhalte geht es jetzt auch, denn wir sind nicht ohne Grund von Dresden, wo wir ja normalerweise uns aufhalten... Wo wir unsere Dreierbob-Garage haben, unser Headquarter. Wobei hier in Altenberg am Eiskanal gibt es ja jetzt auch ein neues Pressezentrum. Also wir könnten vielleicht unsere Garage noch verlegen, aber wir sind nicht ohne Grund hierher gefahren, denn es gab diese Woche, Anfang dieser Woche, eine Nachricht, dass die Bahn sich über einen Fördermittelbescheid freuen kann. Es hier also durchaus in den nächsten Jahren Geld investiert wird, um die Bahn zu gestalten, Neues zu bauen. Und wir haben einfach mal gefragt den Bahnchef Jens Morgenstern, wie es sich so anfühlt, jetzt sinngemäß der reichste Mann im Osterzgebirge zu sein. Tja, und jetzt sitzen wir zusammen mit Jens Morgenstern, dem Chef an der Bobbahn in Altenberg. Und man muss dazu sagen, du bist, haben wir gehört, jetzt der reichste Mann im Osterzgebirge. Ja, wäre schön, ist leider nicht so. Die Anspielung geht natürlich auf die Übergabe des Schecks gestern von der Staatsregierung Sachsen. Die ist aber leider nicht an mich gegangen, sondern an den Landrat, das heißt an den Landkreis als Besitzer der Bahn für die infrastrukturelle Erneuerung in den nächsten Jahren. Auch wenn ich das Geld bekommen hätte, Privatnutzung wäre gleich ausgeschlossen. Wir reden immerhin über stattliche 15,4 Millionen. Das sind ja Summen auch an Fördergeldern, die werden in diesen Tagen nicht alltäglich ausgezahlt. Eine stolze Summe. Was wird mit dem Geld hier an der Bahn geschehen? Ja, als erstes muss man natürlich sagen, wir sind absolut dankbar, dass der Freistaat diesen Weg, den wir eingeschlagen haben, vor drei Jahren mitgegangen ist, die Konzeption wirklich als gut und richtig empfunden hat. Und als zweites geht natürlich auch ein Dank an den Landkreis. Das sind ja nicht nur die 15,4 Millionen, sondern der Landkreis legt ja nochmal knapp vier Millionen drauf als Eigenanteil. Und damit werden dann eben eine ganze Menge Dinge umgestaltet. Vorrangig der gesamte Bereich Bobstadt, die wir in der Konzeption von vor drei Jahren dargestellt haben, die notwendig sind. Und infrastrukturell war das ja hier doch weit hinter den normalen Standards hinterher. Und deshalb sind wir sehr froh und dankbar, dass wir diese Förderung bekommen haben. Du hast den Startbereich angesprochen. Es soll eine Einlaufstrecke geben für die Bob-Piloten und Anschieber. Wer hier öfter mal bei Rennen zugegen ist oder auch beim Training, wird das ja schon mal vielleicht gesehen haben. Da wird sich ja auf dem Parkplatz mehr oder weniger zwischen parkenden Transportern eingelaufen. Also du hast es gerade selber gesagt, das ist nicht so der ganz internationale, moderne Standard. Also es soll eine Einlaufstrecke geben, dann sicherlich auch Tribünen oder was konkret wird da im Startbereich entstehen? Ja, das ist ja nur ein Punkt. Die Warmlaufstrecke der Athleten, das ist ja nicht nur, dass die zwischen den Autos sich warmlaufen, sondern auch, wenn es eben Mistwetter ist, im Schnee und Matsch. Also der Bob-Startbereich, der oben, der wird komplett auf links gezogen. Das heißt, der Bahnkörper bleibt natürlich bestehen. Ansonsten alles, was ringsherum ist, umkleiden. Das ist ja jetzt ein Konglomerat für Männer und Frauen zusammen. Es gibt keine gescheiten sanitären Einrichtungen. Also auch da oben muss sich der Athlet mit dem Zuschauer um die Toilettennutzung prügeln. Das sind alles Dinge, die gehen so heutzutage nicht mehr. Die gingen auch schon vor Jahren nicht mehr, aber jetzt haben wir eben die Möglichkeit, das umzugestalten. Natürlich werden Lagerräume geschaffen. Es werden Aufenthaltsräume neben denen für die Athleten auch für Kampfrichter, offizielle Jurymitglieder und so weiter geschaffen. Wir wollen eben die Einlaufstrecke ins Trockene verlegen, ins Geheizte. Vielleicht noch einen kleinen Fitnessraum für die Aufwärmübungen. Der Parkplatz wird erweitert. Also das wird ein völlig neues Gesicht bekommen. Ein paar Basics werden stehen bleiben. Also den Rodelstallstart, der ist natürlich Kult, der muss stehen bleiben. Da wird das Sommerrodeltraining auch noch genutzt. Aber ansonsten wird dort nicht viel übrig bleiben, wie es jetzt ist. Ist auch eine Garage für den Dreierbob vorgesehen? Die ist ja hier schon sowieso seit ein paar Jahren ständig Usus. Also wenn der Dreierbob hier kommt, kriegt er seine Garage. Natürlich geheizt mit einem Kühlschrank für gekühlte Getränke. Also das ist schon Standard. Da sind wir auf jeden Fall schon mal beruhigt. Aber vielleicht nochmal, du hattest das schon beschrieben. Wer den Podcast jetzt vielleicht gerade zum ersten Mal hört, der ist jetzt ein bisschen das Thema reingestolpert. Wir sind in den vergangenen Jahren schon immer ein bis zwei Mal hier oben an der Bahn gewesen und haben genau über diese Projekte gesprochen, die du beschrieben hast, was alles aufgebaut und verändert wird. Das läuft jetzt seit drei Jahren, sagtest du. Ganz konkret, was sind denn so vielleicht Meilensteine, die erreicht worden sind schon in den letzten Jahren und wo es hingehen soll mit der Bahn? Nein, die Konzeption habe ich geschrieben. Das ist jetzt genau drei Jahre her. Den ersten Block konnten wir dieses Jahr, also jetzt im Herbst, übergeben bekommen. Das war natürlich die letzte Fertigstellung des Pressehauses. Im letzten Jahr sind schon fertig geworden. Das waren eben Projekte in Richtung WM Rennrodel, die wir 24 im Januar hatten. Der Komplettumbau-Wiegehaus mit neuem Anbau, auch dort mit Sanitärinrichtung. Das war vorher so, dass ein Toilettencontainer aufgestellt wurde. Beim Sommertraining gab es überhaupt keine Möglichkeit, mal eine Toilette zu nutzen. Mit Aufenthaltsräumen, mit neuer Catering-Location, mit Tribünenerweiterung. Es ist ein Materialkontrollraum dazugekommen. Wie gesagt, das Pressehaus, das war ja auch schon seit drei Jahren nicht mehr nutzbar, weil es eben einsturzgefährdet war durch Wasserschäden. Übergänge sind gebaut worden, die nicht mehr nutzbar waren oder nur als Provisorium dastanden. Überdachungen, also da ist eine ganze Menge passiert in den letzten beiden Jahren. Das ist jetzt eben der Anschluss für die nächsten Jahre. Das soll dann in dem Bereich 27 bis 32 stattfinden, wo dann eben der nächste große Schub Richtung Infrastruktur am Sachsen-Energie-Eiskanal gemacht wird. Und jetzt gibt es halt diese 15,4 Millionen Euro Fördergeld. Wie werden die geplant? Also gibt es das jetzt das Geld auf einmal und ihr plant jetzt die nächsten Projekte los? Oder wird es dann in dem einen Jahr diesen Bereich geben und dann gibt es das Geld? Oder liegt das jetzt da? Liegt das jetzt hier irgendwo in einem Tresor und du holst es raus, wenn du es brauchst? Und wie funktioniert das? Also wie gesagt, das liegt natürlich nicht bei uns in der Portokasse oder in einem Tresor, sondern im Landratsamt. Aber ich denke, da wird es auch nicht physisch mit vielen, vielen Scheinen und Münzen liegen, sondern, wie du schon angesprochen hast, es wird Planungen geben, die wir mit dem oder andersrum, die das Landratsamt mit uns abspricht, weil das Landratsamt als Besitzer ist ja Bauherr. Das ist ja nicht die WIA. Und da werden wir Stück für Stück unsere Planungen, die jetzt schon im Groben liegen, verfeinern. Es wird jedes Jahr ein Stück dazukommen. Wie gesagt, die Umgestaltung des Bobstatt ist ein Riesenprojekt. Das werden wir nicht in einem Sommer schaffen, weil im Winter kann man hier schlecht bauen, wenn Bahnbetrieb ist. Und deshalb werden das noch ganz viele Gespräche sein. Es werden Planungsschritte vorangehen müssen. Deshalb können wir jetzt nicht sofort anfangen, sondern es geht eben 27 los. Und so ist die Grobstruktur der weiteren Arbeiten hier. Stichwort Bahnbetrieb, hast du gerade gesagt, am 14. Oktober ist die Bahn vereist worden. Da waren dann sicherlich die Baumaßnahmen dann auch abgeschlossen. Und damit ist der Winter sozusagen eingeläutet hier an der Bobbahn. Was ist jetzt seitdem passiert? Wer hat die erste Abfahrt gemacht? Im Fußball wird immer oft gefragt, dann Saison geht los. Wer hat das erste Turmtraining geschossen? An der Bobbahn muss man fragen, wer ist zuerst runtergefahren? Und wie sieht jetzt der Alltag aus, bevor es dann im Dezember mit dem Bob-Weltcup so richtig scharf zur Sache geht? Am 14. Oktober, 18 Uhr, ist traditionell die Kühnanlage eingeschaltet worden. Zum 42. Mal durch unseren Eismaster Ralf Mende. Ihm zur Seite sein, in Anführungsstrichen, Lehrling, der Tobias Kühnel, der ihn mal beerben wird in der Funktion. Der Tobias macht jetzt seine zweite Saison. Der ist schon sehr fit dafür, dass er jetzt ein Jahr hier ist. Ja, was haben wir bisher gemacht? Natürlich ist das wie die letzten Jahre auch, dass die Bahn wird vereist, das Training beginnt. Sieben Tage von 9 Uhr bis 20 Uhr ist Bahnbetrieb. Die Kollegen gehen jeden Morgen so gegen 5 Uhr ins Eis. Der eine oder andere vielleicht auch schon mal 4 Uhr, wenn größere Dinge zu regeln sind. Ja, und dann sind die verschiedenen Nutzer hier. Wir hatten als erstes die Nationalmannschaft Skeleton, die auch hier ihre deutschen Meisterschaften gefahren haben. Und noch zwei Ausscheide, die haben dann auch hier ihr Weltcup-Team nominiert. Wo wir natürlich auch sehr froh sind, dass zwei Sachsen dabei sind. Mit Susanne Kreher und Axel Jung, die sich hier gegen die nationale Konkurrenz durchgesetzt haben. Es gab schon Ausländertraining, die Rotler waren da. Zurzeit ist auf der Bahn Stützpunkttraining. Sachsen, Oberwiesenthaler sind hier, Altenberger. Heute Nachmittag kommen dann Dresdner, Chemnitzer, Zwickauer und so weiter und so fort. Das heißt, man kann als Tourist oder auch als interessierter Bürger, Bürgerin auch gerne mal so in der Woche, am Wochenende vorbeikommen. Hier ist immer was los. Und auch wenn es jetzt keine Wettkämpfe gibt auf der Bahn, wird irgendwie immer gefahren. Es ist immer was los. Wie gesagt, der Bahnplan ist knackevoll. Unser Bahnkoordinator, Dattino Klein, hat sehr gut geplant, sehr viel geplant. Die Kollegen, die im Eis sind, die schwärren sich schon manchmal, dass die die Wartungszeiten immer mehr zurückgehen. Aber das ist einfach so. Wir sind ja froh, dass wir hier so einen hohen Zuspruch haben an Trainingsfahrten, an Wettkampfmaßnahmen. Ja, nochmal zurück zur ersten Fahrt. Das war der Tizian Granconiolo, ein Rodler, Nachwuchsrodler aus Chemnitz, der in Wiesenthal trainiert. Der durfte hier die erste Fahrt machen, hat er auch erfolgreich beendet. Das ist ja immer eine gute Geschichte. Die Rodler testen mal so ein bisschen, wie das Eis ist. Dass die Kollegen, die im Eis arbeiten, auch vielleicht die letzten Feinheiten noch nacharbeiten können. Hat wunderbar funktioniert. Technik steht. Ja, sind wir sehr zufrieden bisher. Ich kann mich erinnern, vergangenes Jahr, als wir bei der Jahresauftaktpressekonferenz hier waren. Dieses Jahr tut uns leid, haben wir das leider verpasst, weil wir beide nicht da waren. Aber da hattest du erzählt, wie schwierig das tatsächlich ist, auf der Bahn im Winter zwischen den ganzen Wettkämpfen und Trainings und wenn sich verschiedene Nationen dann auch dazu anmelden, irgendwie auch noch touristischen Betrieb da mit reinzukriegen. Man kann hier ja auch auf einem Eistubing, also auf so einem Ring die Bahn runterfahren. Ist die Lage ein bisschen entspannter in diesem Winter, weil ja keine WM jetzt auch mit dabei ist? Nein, das ist eigentlich egal. Gut, letztes Jahr hatten wir die Rodel-WM, aber auch jetzt keine Weltmeisterschaften. Aber trotzdem sind die Zeiten, die wir für das internationale Training anbieten, proppvoll. Natürlich halten wir auch Zeiten für die touristische Nutzung bereit. Ob das jetzt der Gäste-Bob ist, ob das Eistubing ist, ob das jetzt Events sind in Verbindung mit Nutzung Panorama-Baute, dass sich eine Firma einen schönen Abend macht, eine Weihnachtsfeier und so weiter. Aber auch außerhalb des Eiskanals sind ja Bahnführungen möglich. Jeden Dienstag 10 Uhr ist immer ein fester Termin. Und außerhalb dieser Zeit sind natürlich immer Anfragen möglich. Und die Tore sind immer geöffnet. Also Zuschauer sind herzlich willkommen, können sich die ganze Geschichte anschauen. Es gibt genug Anschauungsmaterial. Unsere Homepage ist da gut gefüllt. Also auch für den Touristen haben wir eine ganze Menge hier zur Verfügung. Weil wir gerade bei Tourismus sind, wir sind ja in den Winter gestartet. Hinter uns liegt aber auch ein ganzer Sommer. Und es geht ja auch in der ganzen Region, Osterzgebirge, sehr stark in die Richtung, weil es eben keine verlässlichen Winter mehr gibt. Wintersportgebiete haben es schwierig. Liftbetreiber wissen das. Und wer hier in Altenberg und Umgebung sich auskennt, der kennt auch das Klagelied eben all jener, die einen solchen Lift betreiben. Wie fügt sich denn die Bobbahn in dieses Ganzjahreskonzept ein? Also was jetzt das Grobkonzept Tourismus, Altenberg und Umgebung ist, da würde ich euch gerne an die Touristiker der Stadt Altenberg verweisen oder an die Stadtverwaltung. Was wir natürlich machen, wir haben neben den ganzen Sachen, die wir im Winter haben, natürlich auch eine Sommernutzung. Da geht es auch um die Bahnführungen, da geht es auch um Events, da geht es um den Sommerbob. Wir haben dieses Jahr die ersten Sommerbobfahrten wieder gemacht. Mussten dann leider abbrechen, weil wir doch im Bereich der Geltetechnik einige Reparaturen hatten, die direkt im Bahnkörper waren. Aber das sind so Sachen, die wir auch sommertags machen. Ansonsten wird im Sommer hier die Bahn genutzt für das Sommerrodeltraining der Vereine hier, die in Sachsen tätig sind. Es gibt Trainingslager von Auswärtigen, ob das andere Landesverbände sind in Deutschland oder andere Nationen. Das ist möglich. Und jetzt im Sommer natürlich noch besser, weil wir ja auch das Leistungsportzentrum an Altenberg betreiben von der WIA aus. Und in dem Zusammenhang dort ein Top-Athletiktraining mit Top-Bedingungen inklusive Sommerrodelabfahrten hier auf der Bahn. Die ersten Nationen haben schon nachgefragt, ob sie da nicht auch noch zu machen können. Das ist zwar jetzt weniger touristisch, aber für den Betrieb der Anlage schon sehr gut. Mein persönliches Sommerhighlight hier in Altenberg an der Bahn ist ja der Bob-Run. Der eine oder andere wird das wissen. Man läuft sich erst sozusagen in den Wäldern um die Bahn ein. Und dann geht es die letzten 1,1 Kilometer in der noch nicht vereisten Bahn, nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Und Ziel ist dann dort, wo im Winter die Bob-Fahrer, Rodler und Skeletonis losfahren. Kann ich jedem nur empfehlen. Ist immer Anfang Oktober. Also in diesem Jahr ist das Jahr schon durch. Jetzt ist die Bahn ja auch vereist. Ein ganz besonderes Vergnügen. Definitiv. Es ist eine super Geschichte. Haben wir dieses Jahr auch wieder durchgeführt. Es ist schon eine Herausforderung, den Sachsen-Energie-Kanal wirklich von ganz unten bis ganz oben zu laufen. 1,4 Kilometer, 120 Höhenmeter. Ist eine Energieleistung. Auf relativ kurzer Strecke. Also das muss man mögen. Und es gibt wirklich Leute, die mögen das. Und die machen das auch jedes Jahr wieder. Ist eine schöne Veranstaltung. Also ich habe es tatsächlich einmal gemacht. Ist zwei Jahre her und ich spüre jetzt noch meine Waden. Da kommen wir mal zu denen, die von oben nach unten fahren. Und das auf Kufen. Wir hatten es gerade schon angesprochen. Der Winter ist sozusagen hier losgegangen. Auch wenn wir gerade aus dem Fenster gucken und die Sonne scheint. Und es Tatsache auch Ende Oktober schon wieder zweistellige Grade gab. Wir haben ja schon das Thema Energie auch angesprochen. Es wurde ja auch etwas später vereist. Das ist ja auch Teil des Konzeptes, dass die Bob-Fahrer auch später die Saison beginnen. In diesem Jahr geht sie los am 1. Dezemberwochenende. Gleich mit dem Weltcup hier in Altenberg. Ist das so ein bisschen so ein Auftakt nach Maß? Gleich eine Top-Veranstaltung mit einer gewissen Breitenwirkung damit in den, sage ich mal, Wettkampfwinter zu starten? Ja, Anfang Dezember war eigentlich selten. Aber im Dezember hatten wir auch schon Weltcups. Das ist jetzt nicht was ganz Neues. Wir sprechen ja jedes Jahr mit den internationalen Verbänden, die Saisons durch. Meistens die nächste. Jetzt sind wir schon so weit, dass wir auch die übernächste haben. Nein, da freuen wir uns drauf. Schöne Geschichte. Anfang Dezember, wir hoffen, dass das Wetter halbwegs mitspielt. Nicht, dass wir hier wieder Schmuddelwetter und Nieselregen und sowas haben. Vielleicht auch mal, wie es jetzt ist, ein Sonnenstrahl dabei. Das wäre ja auch schön für die Bilder, die nach außen gehen. Das sind natürlich die Weltcups mit TV-Relevanz immer wunderschöne Dinge, die wir hier am Sachsen-Negg-Eiskanal ausrichten. Wie gesagt, wir freuen uns da schon drauf. Ist ja der erste Weltcup der Bob-Sportler. Die Skeletoni schießen sich in Asien schon mal ein. Da fahren die Bobfahrer aber nicht hin. Deshalb ist der Saisonauftakt Bob hier bei uns. Ja, da freuen wir uns drauf. Wird wieder eine gute Veranstaltung. Wie entsteht eigentlich so ein Rennkalender? Meldet ihr als Bahninhaber, Bahnanbieter, Veranstalter? Sagt ihr Wunschtermine und der Weltverband guckt dann mal, wie es so passt? Oder wie entsteht der Wettkampfkalender? Sowohl als auch. Also es kommt der internationale Verband auf uns zu und sagt, wie sieht es bei dir aus in der und der oder der Woche? Dann gucken wir drauf, was passt bei uns, was passt bei uns nicht. Unglückliche Wochen hier für solche Großveranstaltungen sind natürlich immer die Ferien Berlin-Brandenburg, weil dort jeder Hotelier das letzte Bett verkaufen kann. Oder was wir auch schon hatten, der Fasching in Geising. Wird der hier sehr hoch angebunden. Gab es so eine kleine Überschneidung, wo ich das erste Jahr war zur WM 2020, wo meine Vorgänge da nicht so genau auf den Kalender geguckt haben. Und da gucken wir schon, dass wir diese Wochen auslassen. Oder jetzt in der Saison, da ist in der KW4, wollen die Freunde von Biathlon so eine Union-Europa-Meisterschaft machen. Und dann haben wir auch gesagt, die Woche, die machen wir dann nicht. Sondern da sind die Quartiere hier eh ausgebucht, wenn ein großes Biathlon-Event ist. Und dass man da so ein bisschen nach links und rechts guckt. Schlussendlich wird man sich immer irgendwo einig. Und sagt, dann nehme ich halt die Woche. Und es passt nicht immer jeder Termin. Aber bisher sind wir da ganz gut dabei. Ich springe noch mal ganz kurz weg von dem Weltcup-Start, weil du das Stichwort Biathlon gesagt hast. Ist ja hier auch wichtig in Altenberg. Ist ja auch ein Stützpunkt. Wie läuft die Zusammenarbeit eigentlich mit Biathlon hier vor Ort und auch mit anderen Sportarten, die ja hier zu Hause sind? Die Zusammenarbeit hat sich ja wesentlich intensiviert seit diesem Jahr, seit wir das Leistungssportzentrum auch betreiben in Altenberg. Das neu gebaut worden ist, wurde ja dieses Jahr offiziell eröffnet. Und da wird ja auch Biathlon und Mountainbike mit betreut. Die haben dort auch ihre Werkstätten, Lager, Trainingsmöglichkeiten, Büros und so weiter und so fort. Nö, das ist schon sehr intensiv geworden. Man blickt auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus, was die Sportfreunde so für Sorgen und Nöte haben, was die für Anforderungen haben. Und ich denke mal, das wird sich in den nächsten Jahren weiterhin intensivieren, dass auch die Sportarten natürlich in die große Geschichte hier Stützpunkt nicht nur eingebunden werden, sie sind es ja schon großteils, aber eben auch mehr an Bedeutung erlangen. Was kann sich ein Bahnchef bei einem Biathleten oder bei Biathlon abgucken? Wir können uns vielleicht abgucken, wie ist denn dort die Struktur? Wie bauen die ihre Wettkämpfe auf? Wie ist bei denen die Trainingsgruppeneinteilung? Wie wird vom Verband die Kader-Nominierung und so weiter verfolgt? Und das sind alles so Sachen, wo man einfach mal ein bisschen schauen kann, wie macht das jemand anders? Und eine Kleinigkeit kann man sich mal rausnehmen. Zurück in die Bahn, die Klammer vom Biathlon zum Bob, fällt mir spontan ein, könnte Michael Roesch sein, der ja uns mehr oder weniger mitgegeben hat, dass wir mal eine Fahrt beim Francesco Friedrich arrangieren sollen. Bei uns im Dreierbob würde auf jeden Fall wieder Platz nehmen in dieser Saison. Das können wir schon mal vorausblicken. Genau, am 1. Dezemberwochenende geht es los. Hast du auch einen sportlichen Blick auf die Dinge? Du hast die Nominierung im Skeleton schon angesprochen. Bist du da auch daran interessiert, wer da in den Teams steht? Oder sagst du, ich stelle hier eine Bahn hin und gucke, dass am Ende alle zufrieden und glücklich sind und der Beste möge gewinnen? Könnte ich machen. Würde ich vielleicht ruhiger leben. Mache ich aber nicht, weil ich ja nur selber Athlet und Trainer war viele Jahre. Und natürlich, was auch für uns ganz wichtig ist, wir gucken ja vollumfänglich, was hier diesen Stützpunkt ausmacht. Und da geht es ja nicht nur darum, dass wir eine Bahn haben, die in einem guten Zustand ist und gute Veranstaltungen macht und gutes Training zulässt, sondern so ein Stützpunkt ist ja wirklich nur so stark, wie es immer so schön heißt, wie es ein schwächstes Glied. Und deshalb guckt man natürlich auch, wie wir die sächsischen Athletinnen und Athleten unterstützen können, was die für Bedarfe haben. Weil wir wollen ja auch, dass ganz viele Bundeskader, egal in welchem Altersbereich, aus Sachsen kommen. Je mehr kommen, umso sicherer ist der Stützpunkt. Wenn die nicht mehr da sind, brauchen wir auch die Bahn nicht mehr und brauchen wir auch das LSZA nicht mehr. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das geht aber allen Sportarten so. Da schließe ich die Biathleten und Mountainbiker mit ein. Alle müssen liefern, alle müssen Bundeskader produzieren, damit wir hier einen sicheren Stützpunkt haben, dass auch die Sportstätten weiterhin gesichert sind. Liefern ist ein Stichpunkt, ein harter Break jetzt. Die Bahn stand Ende des letzten Winters in der Kritik beim Thema Sicherheit. Und es hieß so, na, jetzt müsst ihr liefern. Deswegen ist so für mich das Stichwort. Was ist über den Sommer passiert? Also um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, es gab ja zwei Trainingsstürze im Februar vor dem Bob-Weltcup. Der Schweizer Bob von Michael Vogt ist gestürzt und Johannes Lochner beim Vierertraining. Beim Schweizer hat sich der Anschieber schwer verletzt. Danach ist viel diskutiert worden über das Thema Sicherheit. Piloten und Anschieber haben sich zusammengeschlossen und haben das Thema versucht, nach vorne zu treiben, haben versucht, den Weltverband damit vor allen Dingen auch in die Pflicht zu nehmen. Es ist über Kevlon Westen diskutiert worden und über viele andere Dinge. Und dann war Sommerpause. Jetzt geht es wieder los. Was ist da über den Sommer passiert? Inwieweit bist du seit ihr als Bahn in Altenberg da auch integriert gewesen? Und gibt es da einen neuen Stand? Gibt es jetzt neue Sicherheitsmaßnahmen? Ist da im Sommer was passiert? Ja, das ist ja ein sehr breites Feld. Das lässt sich auch jetzt nicht in zwei Sätzen beantworten. Wir haben Zeit. Sehr gut. Ich nehme ja auch die Zeit. Ja, es ist ja dann, nach diesem Unfall gab es ja die Forderung von dem einen oder anderen Athleten, ihr müsst den Schlitten einfach auffangen, dann ist alles gut. Das ist aber eine grundsätzlich falsche Herangehensweise. Die springt viel zu kurz, das funktioniert so nicht. Es sollte ja nach der Saison in der IBSF eine Kommission oder was auch immer Sicherheit ins Leben gerufen werden. Es gab nach der Saison einen sogenannten runden Tisch. Der hat genau einmal getagt mit, wie soll man sagen, es waren ein paar Dinge, die rausgearbeitet wurden, die aber jetzt nicht revolutionär waren. Wir hätten dort gerne mit teilgenommen, wurden aber von der IBSF abgelehnt. Die IBSF ist der Weltverband? Das ist der Weltverband für Bob und Skeleton, genau. Daraufhin haben wir uns hier committed und haben eigene Sicherheitskonferenzen durchgeführt und die aber nicht sich darum gedreht haben, dass man nur die Folgen verhindern kann, sondern die sich darum gedreht haben, diesen Sport vollumfänglich mal zu betrachten. Vielleicht vorgeschaltet zum Kongress der IBSF, hatte die IBSF selber einen Antrag eingebracht, dass das Thema Sicherheit in die Bahnbaukommission verlagert werden soll. Diesem Vorschlag würde ich nie zustimmen, weil dann ist die ganze Verantwortung bei den Bahnen. Und der Schweizer Verband hatte aber einen Antrag eingebracht, dass es eine generelle Sicherheitskommission bei der IBSF geben soll. Den fand ich schon besser. Jetzt haben natürlich beide Anträge keine Mehrheit bekommen und deshalb ist über den ganzen Sommer das Thema Sicherheit nicht mehr kommuniziert worden seitens der IBSF. Wir von uns ausseite haben viel kommuniziert mit den Funktionären. Es soll jetzt auch eine Sicherheitskommission gebildet werden, wo wir auch eine Einladung dazu haben. Also persönlich ich, die ich auch gerne angenommen habe. Die IBSF hatte auch ein Statement herausgegeben zu unserer Pressekonferenz, zur Saisoneröffnung. Ja, müsste sich jeder mal durchlesen, was man daraus saugen kann. Und wir hatten eben über den Sommer zwei Konferenzen durchgeführt und haben dort wirklich aus unserer Sicht vollumfänglich eingeladen, was alles zum Boxsport dazugehört. Also natürlich Trainer, Verbandsvertreter vom nationalen, internationalen Verband, hier vom regionalen Verband. Wir hatten dabei Bob Bahn Bauer, also das Ingenieurbüro Google in Leipzig als Experten. Wir hatten die Bob Bauer dabei, mit der FES in Berlin. Wir hatten dabei Vertreter der Stiftung Sicherheit im Sport, die wirklich von außen mal drauf gucken können. Wir hatten natürlich Vertreter dabei von uns, vom Betreiber, von der VIA, vom Besitzer, vom Landratsamt. Das SMI war mit am Start. Und da haben wir wirklich mal Themen vom Ohrschleim her diskutiert. Das heißt, was kann ich denn präventiv tun, wenn ich Popsport betreibe? Das geht los mit der Ausbildung der Piloten, das geht los mit dem Bau der Schlitten. Vielleicht zur Pilotenausbildung. Wir haben jetzt, was uns angeht, vor jedem internationalen Wettbewerb noch Training angeboten. Das heißt, sowohl vom Weltcup können Nationen hierher kommen, um nochmal zu trainieren. Also sich die Bahn langsam zu erarbeiten. Weil wir hatten ja das Kuriosum, dass beim letzten Weltcup Teams hier waren. Die waren vorher noch nicht einmal hier. Und wollen dann mit den sechs Trainingsfahrten den Weltcup hier fahren. Als höchste Rennserie. Für mich unverständlich, aber das müssen die Nationen ja selber entscheiden. Auch vom Europacup gibt es nochmal separates Training, was wir dann wirklich anbieten. Ja, das nächste ist ja der Bobbau an sich. Die Bobs sind immer, die Hauben sind immer schmaler geworden. Die Sitzpositionen der Anschieber haben sich verändert. Die Platzverhältnisse sind enger. Ich habe mir, wo ich dann nach unserem Weltcup zur Bob-WM in Winterberg war, mir mal ein paar Schlitten angeguckt, wie die Griffe überhaupt gestaltet sind. Da geht es von einem schönen geschweißten Griff, wo man sich ordentlich festhalten kann, bis zu so einem kleinen Bändchen, wo vielleicht noch ein Finger reinpasst. Du sprichst jetzt über die Haltemöglichkeiten, die ein Anschieber hinten drin hat, wenn er reingesprungen ist. Ja, das ist das eine, was den Schlittenbau angeht. Das nächste ist, was kann denn der Athlet selber tun? Die Athleten haben verlangt vom Verband, ihr habt es gerade angesprochen, dass diese Kevlar-Westen getragen werden. Aber die Kevlar-Weste verhindert ja nur, wenn der Bob auf der Seite runterrutscht, dass der Anschieber sich die Schulter verbrennt. Was anderes macht die ja nicht. So, es gibt aber ja auch, was weiß ich, im Motorradsport-Westen, die die Wirbelsäule schonen. Es gibt im Formel-1-Sport-Helmkonstruktionen dieses Handsystem, die Hals-Nacken schonen. Es gibt bei Alpinen diese Westen, die aufploppen wie ein Airbag. Es gibt Überrollbügel bei Rennwagen. Und da habe ich den Eindruck gehabt in den vielen Diskussionen, der Sport möchte, dass alles so bleibt und möchte, dass die Fehler, die der Sport macht, weil schlussendlich sind es ja Fahrfehler, möchte dann, dass der Bahnbetreiber eine Konstruktion vorhält, die das alles ausgleicht. Und das funktioniert nie. Wir hatten den Kollegen von der Stiftung Sicherheit im Sport in Deutschland mit am Tisch. Der sagt auch, alles, was jetzt an Sicherheit gemacht wird, hieß ja, man müsste den Bob auffangen mit Fanghagen und so weiter, sagt, alles, was ich mache, wo der Mensch beteiligt ist, da habe ich nie eine hundertprozentige Sicherheit. Aber das klingt jetzt so ein bisschen danach, als würde der Bobsport die Veränderung scheuen. Wer ist denn genau derjenige und wer sind denn diejenigen, die diese Veränderung scheuen, die zu mehr Sicherheit führen kann? Ich meine, in anderen Sportarten funktioniert es ja auch, dass bestimmte Sachen eingeführt werden. Du hast jetzt große Sportarten wie Formel 1 angesprochen. Da gibt es ja auch diesen Halo, der da irgendwie vorm Cockpit ist. Es gab da eine Riesendiskussion jahrelang darüber und irgendwann kam es dann halt. Wo sind denn in deiner Meinung nach die Bremsklötze? Schlussendlich, ich will jetzt nicht von Bremsklötzen sprechen. Ich würde eher dafür sorgen, dass man mehr Offenheit hat, dass die Diskussion überhaupt mal beginnt. Du hast es gerade gesagt, im Formel 1 hat es lange gedauert. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Schlussendlich muss der internationale Verband Festlegungen treffen, die er für gut und richtig hält. Und er muss dazu auch stehen. Wenn der internationale Verband sagt, wir ändern das Reglement so, dass ein Bob einen Überrollbügel haben muss, dann muss ein Bob einen Überrollbügel haben. Das kann ich nicht entscheiden als Bahnbetreiber, das kann der Landkreis nicht entscheiden als Bahnbesitzer. Das sind Reglementsfragen, weil wir sind nicht die Entscheider in diesem Prozess. Wir stehen als Veranstalter oder Ausrichter zur Verfügung. Und die Entscheidungsgewalt, das hat der internationale Verband mit seiner Jury, die hier vor Ort ist. Alle fünf Jahre wird die Bahn homologiert. Wir sind nächstes Jahr wieder dran. Und da sind natürlich auch gewisse Abläufe mit drin. Und deshalb habe ich auch von Anfang an gesagt, wir haben die Bahn so hingestellt, wie wir es immer machen. Die Abläufe waren so, wie sie immer waren. Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Und jetzt gucken wir mal voraus auf das erste Dezemberwochenende, wenn der Weltcup hier wieder ist. Nach diesen Unfällen war dann viel die Rede von ein bisschen mehr Personal, das im Zielbereich, in dem Zielhang eingesetzt wird, mit Fanghaken ausgerüstet und so weiter. Wie wollt ihr euch, auch wenn es keine große Sicherheitsveränderung erstmal gibt, dem ganzen Thema stellen, dass ihr für euch auch sagen könnt, wir haben alles richtig gemacht? Also das Erste hatte ich ja vorhin schon angedeutet. Wir werden vor den Rennen Training anbieten. Also es steht jedem frei, ja nicht nur vor dem Weltcup, sondern auch jetzt in der Phase zu sagen, okay, ich fahre mal eine Woche nach Altenberg und trainiere. Die Rotler machen das genauso. Die waren letzte Woche da, die werden nächste Woche wieder da sein, auch internationale. Dass eben sich die Bahn wirklich systematisch erfahren werden kann, das ist eine anspruchsvolle Strecke hier. Da haben wir nie ein Hehl draus gemacht, das ist so. Und ich brauche hier vielleicht mehr Trainingsfahrten und auch von geringeren Starthöhen als zum Beispiel in Innsbruck. Da geht es relativ einfach, dass ich die Bahn drin habe. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben baulich einige Veränderungen vorgenommen, was jetzt Überdachungen angeht. Das heißt, die Überfahrt 13, 14 hat ein Dach bekommen, die Einfahrt 15 hat ein Dach bekommen, dass dort eben durch Witterungseinflüsse die Profilierung nicht leiden kann. Das ist ja auch immer so eine Gratwanderung. Das Fernsehen sagt, ihr müsst alles aufmachen. Ihr wisst selber, wie das Wetter war letztes Jahr ab Weihnachten. Da war ständig Regen, da war ständig Mistwetter. Da kann ich ein Profil nicht so top halten, wie es sonst immer ist. Und wenn das Fernsehen sagt, ihr müsst die Segel aufmachen, sagt mir eben jetzt, nee, wir lassen die einfach zu. Und damit ist Ende. Wir werden versuchen, mehr Personal zu akquirieren. Aber da bin ich wieder bei meinem Satz von vor zwei Minuten. Mehr Personal ist nicht gleich, alles ist gut. Und mehr Personal heißt auch nicht, dass in dem Bereich Kurve 17, Kurve 18 ein Schlitten aufgehalten werden kann. Das ist das, wo ich sage, wir sagen das, was wir können. Und ich sage aber auch ganz deutlich, was wir nicht können. Und dort kann kein Schlitten aufgehalten werden. Und da kann ein Athlet dreimal sagen, ihr müsst die aufhalten, es geht dort einfach nicht. Das ist so steil, das funktioniert nicht. Und deshalb wird genau dort die Variante greifen, wie in den letzten 40 Jahren. Der Schlitten pendelt aus, die Athleten steigen aus. Wir werden sehr viel Aufklärung betreiben. Wir werden sowohl in den Mannschaftsführersitzungen als auch Aushänge machen, was wir können und was wir nicht können. Ich habe auch letztes Jahr erfahren, dass die Amerikaner zum Beispiel die Anschieber so briefen, wenn der Schlitten stürzt, ihr müsst so schnell wie möglich raus. Das ist kompletter Quatsch. Der Sportler muss drinbleiben, bis der Schlitten hält. Das ist die sicherste Variante. Das Auspendeln. Das Auspendeln. Und dass der Sportler nicht aktiv aussteigt und sich da vielleicht verletzt. Das wird nicht passieren. Wie ist so die Stimmung in Athletenkreisen? Hat Altenberg, sage ich mal, vom Image her jetzt einen Kratzer bekommen? Oder ist das nach wie vor eine Bahn, vor der man einen gesunden Respekt hat, aber die jeder auch irgendwo fahren will, weil es eben das Mecca des Bobsports ist, so wie jede andere Sportart? In der Formel 1 gibt es in Monaco den Stadtkurs, der irgendwo Kult ist beim Ski Alpin. Die Kandahar Abfahrt oder Kitzbühel, wo man sagt, das sind mitunter brutal schwere Abfahrten, aber die will ich einfach machen, weil sie in meinem Sport einfach legendär sind. Wie ist jetzt das Image von Altenberg? Das ist eine gute Frage. Gefühlsmäßig her würde ich sagen, der Großteil der Athleten sieht das so. Der sagt, Altenberg ist schwierig, aber es ist geil. Wenn ich da runterfahre, das ist nicht so wischiwaschi, sondern da muss ich wirklich, wie man schön sagt, die Zunge gerade ins Maul nehmen und muss gucken, dass ich wirklich die Lenkpunkte erwische, dass ich nie überpace, was ja auch die nächste Geschichte ist. Wenn ich Kampflinie fahre als Bobfahrer, gehe ich irgendwann übers Limit hinaus und dann fällt der Bob einfach um. Das ist so. Und es wird einen kleinen Teil geben, was man auch in den sozialen Medien jetzt im Frühjahr gehört hat und auch jetzt nochmal im Herbst, wo das nochmal aufgeploppt ist. Die sagen, ja, da muss man was machen und die Bahn muss das regeln. Ich als Athlet muss nichts machen. Und das ist eine Geschichte, das sage ich auch ganz deutlich, da wäre ich mich entschieden dagegen, weil das einfach falsch ist. Das stimmt so nicht. Ich habe jetzt mal so einen Spruch gehört, man muss die Athleten auch vor sich selber schützen. Und da ist ganz viel Wahrheit drin. Wir merken schon, das Thema wird ein Dauerthema bleiben. Es ist vor allen Dingen kein Altenberger Thema. Das haben wir, glaube ich, auch im Februar schon gesagt. Und ich glaube, an der Stelle macht man sich es auch zu einfach, wenn man jetzt irgendwie auf Altenberg zeigt und sagt, ihr müsst es regeln, weil, und das gehört zur Wahrheit dazu, dass Stürze im Bobsport, im Rennsport dazugehören. Das ist das eine. Und zum anderen, dass eben solche Unfälle mitunter manchmal auch mit tragischem Ausgang auch aller Orten passieren und auch immer wieder auf anderen Bahnen passiert sind in der Vergangenheit, dann aber in Deutschland eben nicht so intensiv diskutiert wurden, weil es eben mancher auch gar nicht mitbekommen hat. Wir wollen das Thema nicht kleinreden. Wir werden da als Dreierbob auch dranbleiben, wollen aber jetzt nochmal einen sportlichen Blick auf die Saison werfen, weil, Jens, du hast es angesprochen, 40 Jahre. Bobbahn-Altenberg ist ja eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Was erwartest du in dieser Saison? Es ist diesmal keine WM. Da sind wir ja in den vergangenen Jahren doch einigermaßen verwöhnt gewesen. Die Bob-Fahrer sind, da schließt sich der Kreis zu den WMs in Altenberg, sind im Februar, im März 2025, also in dieser Saison als Saisonhöhepunkt in Lake Placid. Und das ist sozusagen die, in Anführungsstrichen, ausgefallene WM 2021. Die Altenberg damals ersatzmäßig inmitten der Corona-Pandemie, der eine oder andere wird sich erinnern, das gab es auch mal, eingesprungen ist. Da ist dann in Altenberg nach 2020 zum zweiten Mal in Folge um WM-Titel gefahren worden, weil eben der Bob- und Skeleton-Dross nicht nach Amerika konnte. Und deswegen jetzt in diesem Jahr 2025 WM in Lake Placid. Aber was passiert noch in Altenberg? Ja, es passiert noch eine ganze Menge. Vielleicht noch ein Schlusssatz zum Thema Sicherheit. Wie du schon sagst, das ist ein globales Thema. Das geht nicht nur Altenberg was an. Und hier müssen wirklich grundlegende Dinge verändert werden, vor allem präventiv, weil das hilft allen Bahnen. Das hilft auch Wistler, das hilft Lake Placid, das hilft Winterberg, allen. Aber das nur noch mal am Rande. Ja, wir sind ein bisschen WM verwöhnt in den letzten fünf Jahren, drei Weltmeisterschaften. Das gab es, glaube ich, noch nie. Wird es auch nicht so schnell wieder geben. Das waren hervorragende Events des Sports. Sowohl die 2020er mit vollem Haus, was Zuschauer angeht, mit Top-Stimmung. Das Jahr später Corona, null Zuschauer, trotzdem gute Stimmung. Die Bilder, die rausgegangen sind, waren top. Und eben auch jetzt in der letzten Saison, Anfang Januar, die Rodel-WM. Das war eine supergeile Veranstaltung. Es gab ja schon erste Stimmen, die nach der 23er-WM-O-Ruf gesagt haben, sowas kann man nicht toppen. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir es groß getoppt haben, aber wir waren mindestens gleichwertig. Manche sagen, wir waren noch ein Stück drüber. Da waren wir sehr zufrieden, wie das gelaufen ist. Ja, die nächste Phase, die jetzt kommt. Wir haben uns jetzt eine Stufe darunter bemüht, auch Junioren-Weltmeisterschaften auszurichten. In dieser Saison wird es die Junioren-WM-Bob sein. In der nächsten Saison sind die Rodler dran. Da gibt es auch, da wir ja vorhin beim Bau waren, noch den Neubau des Funktionsgebäudes an der Kurve 8, weil das eine Starthöhe für die Junioren-WM ist. Und wir haben uns jetzt beworben für die übernächste Saison dann, also 27 für die Junioren-WM im Skeleton. Dann hätten wir die drei Veranstaltungen, die Semi-Großveranstaltungen auch mit abgedeckt und würden dann, wenn alles so gut funktioniert, dass dann auch die Umbauarbeiten am Bobstart angefangen haben oder teilweise beendet sind und uns auch mal wieder für eine Bob-WM bewerben, dann im neuen Gewand des Bobstarts. Da fehlt ja nur noch Olympia eigentlich jetzt. Ja, wir hatten ja gesagt, nachdem wir die WM 21 übernommen haben, habe ich ja mit dem IBSF-Präsidenten Ivo Feriani mal gesprochen und habe ihm auch gesagt, also jetzt haben wir die normale WM gemacht, jetzt haben wir geholfen bei der Corona-WM. Wenn er mal einen Ausrichter für Olympia braucht, kann er gerne anrufen, ist kein Problem, machen wir auch noch. Nein, es gab ja viele Diskussionen, was jetzt mit Cortina ist, aber ich denke, die bekommen das hin. Das ist auch gut und richtig, dass die Kufensportarten auch in Italien stattfinden. Ja, wir werden mal schauen, wenn es mal eine Bewerbung für Olympische Spiele gibt in Deutschland, in Sachsen oder wie auch immer. Ich werde es vielleicht hier als Bahnchef nicht mehr erleben, aber vielleicht haben wir ja die Chance, nochmal den Kufensport Olympisch nach Deutschland zu bringen. Wir werden mal schauen. Nein, aber so vermessen sind wir jetzt nicht, uns zu sagen, dass wir hier an Altenberg erste Wahl der Olympischen Spiele sind. Die nächsten sind ja schon vergeben. Und ja, wir werden mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, Olympia generell. Genau, dazu kann man sagen, du hast den Bob-Bahnbau in Cortina angesprochen. Das ist ja ein sehr ehrgeiziger Plan. Die Bahn soll im März 2025 soweit fertig sein. Und nach dem, was man in der vergangenen Woche gehört hat, sind die Italiener ja auch voll im Zeitplan. Die Bahn wird jetzt wohl über den Winter eingehaust, sodass man da auch am Beton und an der Kältetechnik weiterbauen kann, den ganzen Winter. Also es sind alle Beteiligten, jetzt vielleicht nicht die vom IOC, die stehen dem ganzen Projekt ja etwas kritisch gegenüber, aber in Italien und auch bei den Kufenfachverbänden sind alle optimistisch, dass das klappt. Und das hast du gesagt, es ist ja auch ganz im Sinne der Sportler. Denn als Alternativen werden diskutiert Innsbruck. Das kann man sich vielleicht noch vorstellen. Sankt Moritz, da hätte man das Thema Natureisbahn. Ist die denn überhaupt dann auch, kann man für Chancengleichheit Ende Februar sorgen, wenn da Sonneneinstrahlung ist? Oder, und das halte ich ja für die verwegenste Idee, Lake Placid. Und das muss man sich mal vorstellen. Olympische Spiele 2026. Alle Wintersportler sind in Mailand und Cortina und die Kufensportler fahren in Lake Placid. Also eine wirklich abgefahrene, verrückte Idee. Insofern drücken wir mal die Daumen, dass das in Cortina alles so klappt. Und ein bisschen Puffer ist ja auch, muss ja erst allerspätestens im Herbst 25 soweit sein, dass da auch erste Trainingsfahrten gemacht werden kann. Damit dann im Februar 26 dort auch wieder um olympisches Edelmetall gefahren werden kann. Wollte ich nur noch mal mit ansprechen, Olympia, weil wir befinden uns im vorolympischen Winter. Dir vielen Dank für das Gespräch und deine Zeit hier im Podcast, Jens Morgenstern. Ja, ich bedanke mich und freue mich, wenn der Dreierbop wieder hier an Altenberg Station macht. Vielen Dank. Ja, das also Bahnchef Jens Morgenstern hier am Sachsen-Energie-Eiskanal. Da war viel drin in diesem Gespräch. Also besonders, vielleicht mal um es kurz noch zu sortieren, bevor wir dann auch gleich rausgehen aus dieser Folge, was ich wirklich besonders fand, bemerkenswert, war dieser ganze Schlussbereich, dieses Schlussthema mit dem Sicherheitsthema. Ja, man merkt, da haben die Diskussionen, wenn überhaupt, gerade erst begonnen. Da ist noch ganz viel aufzuarbeiten, zu besprechen. Und vor allen Dingen, das haben wir, glaube ich, gerade alle festgestellt, ist das ein sehr, sehr vielschichtiges Thema, wo ganz viele Seiten miteinander reden müssen und miteinander auch Lösungen finden müssen, statt, sage ich mal, gegenseitig mit dem Finger aufeinander zu zeigen, weil da kommt man keinen Schritt weiter. Was ich mitnehme aus dem Gespräch ist aber, das ist ja durchaus, das muss man jetzt, finde ich, der Bahn hier zugute halten, dass da ja hier ein Schritt nach vorne gegangen worden ist und ist ja dann, das hat er nicht so deutlich gesagt, ja woanders gebremst wird oder dass ein bisschen vorsichtiger dieser Veränderungswille angegangen wird. Also das Gefühl habe ich ehrlicherweise auch, auch schon über den Sommer gehabt, dass sich der Weltverband es sich ja schon irgendwo gemütlich macht und sich da irgendwie nicht einrichtet und versucht, ja die Verantwortung bei anderen und da will ich gar nicht sagen nur bei den Bahnbetreibern, sondern einfach bei anderen und nicht bei sich vordergründig zu sehen. Ich glaube, das wird ein Thema auch wirklich bleiben und wie wir aber wissen aus vielerlei anderen Sportarten und gesellschaftlichen Bereichen ist das mit Verbänden immer so eine Sache, mit Weltverbänden, das sind mitunter ja auch schwierige Konglomerate. Nun wollen wir nicht mit dem Finger auf den Weltverband zeigen und sagen, dort muss jetzt was passieren. Nein, nein, wir bleiben schon dabei, was wir gesagt haben. Es ist eine Sache von vielen, die miteinander ins Gespräch kommen müssen. Und ins Gespräch kommen ist auch insofern für uns jetzt vielleicht am Ende dieser Folge ein gutes Stichwort. Wir suchen uns nämlich für die nächsten Folgen hier noch weitere Gesprächs-Gäste, Gesprächspartner-Themen. Gibt es auf jeden Fall genug, denn die Wintersportsaison ist gerade erst am Losrutschen, wenn man so will. Ich blicke da nur in Richtung Alpin. Da gab es ja auch am Wochenende in Sölden den Auftakt und da gab es auch sehr, sehr viel Gesprächsbedarf. Vielleicht sortieren wir das noch ganz kurz ein, denn dort starten mittlerweile auch Niederländer und Brasilianer, was es vorher noch nicht so gab. Ja, da im Alpin-Ski-Zirkus, kann man ja fast wirklich jetzt schon sagen, da ist ganz schön Bewegung. Vor allen Dingen ist eine gewisse Internationalität eingezogen. Es ist ein Brasilianer am Start, ein Niederländer. Die aber ja eigentlich Norweger und Österreicher sind und nicht irgendwelche. Lukas Braten, der Norweger, ein begnadeter Skifahrer, ein Superstar seiner Szene, hat sich mit seinem heimischen Verband verkracht, mit den Norwegern, startet jetzt für das Heimatland seiner Mutter, Brasilien. Und das ist die eine Geschichte und die andere, das ist die von Marcel Hirscher. Den Namen wird der eine oder andere doch schon gehört haben. Ein Ski-Dominator in den vergangenen Jahren, ein wirklicher Superstar in Österreich, hatte seine Karriere beendet. Ich glaube, nach über 2000 Tagen hat er dann sein Comeback jetzt gegeben. Und das für die Niederlande. Und das für die Niederlande. Das Land seiner Mutter. Genau. Und was ich auch dort wieder interessant fand, war, wie sich so Debatten oder Diskussionen dann auch gerne mal verschieben. In den vergangenen Jahren, wenn ich so an den Saisonstart der Alpinen denke, ging es immer so um, hat es denn Sinn, schon Mitte, Ende Oktober einen Weltcup zu veranstalten? Und dieses Jahr hatte ich den Eindruck, hat darüber gar keiner groß gesprochen. Da ging es nur darum, ging es nur um dieses eine Thema. Ja, da merkt man wieder, am Ende sind es die Menschen, die für den Gesprächsstoff sorgen und für den meisten Gesprächsstoff. Und so wollen wir es auch halten. Deswegen sind wir ein Dreierbob, zwei Moderatoren und wie gesagt, mindestens immer ein Gesprächsgast. So wird es auch in dieser Saison unserer Sechsten sein. Und wir freuen uns, dass es jetzt mit dem Winter so richtig losgeht. Genau, mehr verraten wir an der Stelle noch nicht. Wer hier das nächste Mal im Dreierbob mit drin sitzen wird, vielleicht wird es dann auch ein Dreierski sein. Mal gucken. Wir verraten das an dieser Stelle noch nicht. Bleiben Sie gespannt. Bis zur nächsten Folge hier im Dreierbob. Tschüss. Tschüss.